ja servus zusammen schön dass du wieder eingeschaltet hast auf meinem youtube channel ja ich sitze gerade im wohnmobil und bin auf dem weg nach bayern und zwar zum mfc seefeld hochstadt so etwas nordwestlich von münchen gelegen der flugplatz da sind die euthenaier brüder zu hause auf dem flugplatz und damit auch schon was machen wir dort dort findet dieses wochenende beziehungsweise seit donnerstag schon das sogenannte kf team meeting statt sprich der andreas gietz mit seiner firma kauf models ist dort vor ort mit der gesamten truppe der gesamten belegschaft seinen team piloten es wird höchstwahrscheinlich die ganze produktpalette zu sehen sein und ja dort fahr ich hin machen wir einen schönen samstag wir haben heute freitag heute fahr ich dort hin ist die anreise ich habe etwa 400 kilometer 100 kilometer habe ich schon runter stehe jetzt gerade auf dem rastplatz pipi pause und ja jetzt geht es weiter das wetter ist perfekt besser könnte es nicht sein und dann würde ich sagen ja keine zeit verschenken weiter geht's und wir sehen uns dann dort wieder schönen guten morgen zusammen gestern abend bin ich ja schon angekommen auf dem kraft meeting hier beim mfc seefeld hochstadt bis doch etwas später geworden bis ich angekommen bin verkehrslage ist dann doch zum wochenende hin ziemlich zu gewesen gestern abend waren schon die ein oder anderen schöne flüge noch zu sehen leider hatte ich ein kleines problem mit der kamera und der sd karte deshalb jetzt bin ich aufs handy gewechselt filmen jetzt ab sofort mit dem handy kommen die gopro leider nicht mehr zum laufen ja heute morgen ich habe schon gefrühstückt habe schon eine kleine runde hier gemacht am platz hat mich schon mit dem einen oder anderen unterhalten habe schon gesehen hochkarätige piloten hier sehr viele modelle eigentlich die ganze produktpalette würde ich jetzt mal so sagen auf den ersten blick und ja es füllt sich gerade aktuell mit knapp zehn uhr ich werde jetzt gleich mal eine runde durchlaufen und dann schauen wir uns mal an was so auf der flight line alles steht und was heute so gezeigt wird creierende so Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.